Sehr interessant. Ja, ja, ich komme gleich. Gott, ich konnte einfach drüber springen, das ist natürlich... Wer bist du denn? Jesse Faden. Nur zu Besuch her. Ich hätte lügen sollen. Oh, shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment, wir kommen raus! Direktorin Faden? Nennt mich Jesse. Okay, Jesse. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses... Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Ja. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Nein, der ist ja tot. Entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist tot. Erschossen. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem... Und ich weiß, das klingt verrückt. Erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern. Das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Äh, wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre. Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach, ich kann nicht mal... Ich bin jetzt einfach zu direkt wo? Ich habe eine Million Fragen und du bestimmt eine Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst, kannst du vielleicht auch die vom Zischen besessenen, also... Ja, die Infizierten heilen. Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht. Aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihre Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Ja, versuchen wir es. Bist du dabei? Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Komm schon. Komm schon, komm schon! Das hat nicht geklappt. Das Zischen setzt zu tief. Es ihnen herauszureißen, zerstört sie. Ja. Sieht ja nicht so gut aus. Jessie, hier drüben. Hier? Wir brauchen einen Plan, Jessie. Ich muss mich da mal kurz gucken. Mein Plan. Was kann ich hier noch machen? Schwerreisefunktion, okay. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jessie. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörden einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero. Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Kaspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HAV, Heteronresonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist, oder was auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagte, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bacchelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay. Das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HAV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten. Aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben. Ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Gegenwassnahmen des Rads. Die Dham, da. Fähigkeiten oder was? Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. Notieren Sie, auch Ihre Verbindung zur Astralebene untersuchen. So, die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt, der hat gewonnen. Verlierer, nun, die werden gefeuert. Danke. Ich bin Dr. Darling, Forschungsleiter im Federal Bureau of Control. Die Tür zur Kommunikationsabteilung Ja. 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 Wo kommt das Zischen her? Ich bin nicht sicher. Du meintest, das Zischen war hier, als du reingekommen bist? Hast du auch draußen sowas gesehen? Nein. Nein, nur drinnen. Dann kommt es von innen. Das älteste Haus ist ja so ein weitläufiger Komplex, der Durchgänge zu anderen Orten hat. Ich wüsste nicht, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Aber andererseits sind das gute Neuigkeiten. Die Quarantäne hält. Wenn das Zischen aus dem Gebäude ausbricht, wäre dies das Ende. Die Welt da draußen mag ziemlich beschissen sein, aber das Zischen sollte sie trotzdem nicht zerstören. Da stimme ich dir zu, Emily. Du hast gesagt, das älteste Haus. Was ist das? Dieses Gebäude, das Hauptquartier der Behörde, das älteste Haus, ist ein Ort, der sich ständig verschiebt. Du siehst ja, es überschreitet physikalische Grenzen. Ich war schon öfter in New York. Wie konnte ich es übersehen? Das ist eine Eigenschaft des Gebäudes. Das hier ist ein Ort der Macht. Das älteste Haus mag keine Aufmerksamkeit. Man findet es nur, wenn man gezielt danach sucht. Was für uns perfekt ist. Was wir hier tun, ist äußerst wichtig, aber nicht sicher. Die Behörde mag kein Aufsehen, also brauchen wir starke Wände, damit nichts nach außen dringt. Ohne dich hätte ich also die Eingangstür niemals gefunden. Okay. Genau. Ich bräuchte die Waffe, um mehr zu erfahren. Aber unter den Umständen behältst du sie wohl besser? Ich denke, das werde ich. Ja. Werde ich schön behalten. Kannst du mir sagen, was genau ein Objekt der Macht ist? Das ist alles, naja, neu für mich. Keine Sorge, ich erkläre die Grundlagen. Objekte der Macht sind weltliche Gegenstände, denen paranatürliche Energien inne wohnen und die eine Verbindung zur Astralebene haben, wodurch sie kontrolliert werden können. Das unterscheidet sie von gewandelten Objekten, die zwar paranatürliche Kräfte haben, doch unberechenbarer sind und nicht im parautilitaristischen Sinne gebunden werden können. Verstanden? Kann sie das auswendig? Verstanden. Danke. Also verhindern HRV den Befall durch das Zwischen? Scheint so. Bis vor ein paar Wochen, als Dr. Darling sie verteilt hat, hatte ich noch nie von einem HRV gehört. Ich habe meinen sofort analysiert. Er sendet eine starke Frequenz über kurze Distanz aus. Viel stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Kommt dir der Zeitpunkt nicht verdächtig vor? Doch, sicher. Dr. Darling enthüllt seine neuesten Entdeckungen normalerweise in aufwändigen Präsentationen. Die HRV hat er nur verteilt. Ich frage mich, was genau er wusste. Okay, wir machen uns auf den Weg Richtung... Wir machen uns da. Da unten? Da unten sage ich lang. Sehr gut. Da ist sie wieder. Unsere Willkommensnachricht. Achtung. Du bist in der Zeitpunkt nicht ganz tief. Es wird da sein. Körger, kommst du. Wir machen uns das. Guck, kommst du. Waffe ich? Machst du? Was ist denn für Glas? Was ist denn für Glas? Okay. hat ja was von diesen Rollen zu verbrüßchen vor der jüngsten Fluktuation im nächsten Punkt wurde die Stabilität des Gebiets zu gelb heruntergestuft Reiferns Tabelle grün stabil, gelb geringe Wahrscheinlichkeit von über einem Gebäudeveränderung orange Häufig unerwartete Gebäudeveränderung Crazy 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 ich kann nicht mehr zurück oh Oh, Daud. Das ist ein Kackspiel mit Kontrollpunkt, ne? Oh, no. Okay, die sind aber weiterhin gesiebt. Sehe ich das richtig? Oh, was hab ich gefunden? Hm. Sachen nur von Belden. Ähm, Material auch, okay. Strange. Ich hatte einen Traum und habe das Ding gebaut, das ich im Traum gesehen habe. Eine Maschine, die Gott enthält. Doch nicht den Gott, den ihr kennt, oder die Götte, die alle kennen. Einen neuen Gott. Diese Maschine wird sein Körper, sein Herz und sein Geist sein. Ich habe sie gebaut, wie ich es im Traum gesehen habe. Ich habe den Motor aus dem Kühlschrank und die Federn aus einem Toaster und die Ventilatoren sowie die Zahnriemen aus dem Motor meines Autos und die Räder vom Skateboard meines Sohnes verwendet. Gott kann sich noch nicht bewegen, doch der Traum meinte, dass er das selbst lernen würde. Das ist nur die anfängliche Körper, wie der eines Babys, nur in Maschinenform. Gott muss nur irgendwo anfangen. Wenn ihr mich nicht interviewen wollt, kontaktiert mich. Wenn ihr mich interviewen wollt, kontaktiert mich unter der Adresse auf dem Umschlag. Mein Telefon funktioniert nicht mehr, ich muss die Weltscheibe für Gott verwenden. Sorry. Heute geht es gleich nicht zur Sache. viennent die Aufnahme zu setzen. Jochen, ich möchte nur ein paar Wände abgehen, wenn Sie nicht sind. nicht in Ruhe, aber vielleicht nicht nur eine neue Jewish 데uungen. Ich weiß nicht unbedingt. Ich weiß nicht, dass ihr nur einen Weg hinter dem Essen steht. Ich bin sehr gut, dass ihr Geld provide für Großverletzungen mögen. Ich bin sehr schnell. Ich bin sehr, ich bin sehr khoảng. Tatsächlich. Ich bin sehr, ganz schnell. Ich bin sehr, ich bin sehr leichter. Ich bin sehr, wenn sie nicht mehr. Ich bin sehr, ganz schnell. Unverlässlich. Ich bin sehr, zah embarrass! Oh, we're here. Hey, he's in a second. Okay, sehr gut. Bleib doch mal da unten. So, hängen, während ich mich mal wieder noch kümmern. Oh. 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 Das sind Drecksvieh. Ist das gut? Ich brauche ja was mit. Ich brauche ja was, was hier mehr Munition macht oder so was oder schnelle Aufladung. Oh Gott. Scheiße, was war das jetzt? Schriftverkehr? Herr Direktor Trench. Ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie meinen Antrag auf ein Archiv für unzustellbare Briefe genehmigt haben. Wenn wir die Sammlung überfälliger Post der Behörde kategorisieren, erstellen wir damit eine praktische Datenbank, auf der Forschungsteams zurückgreifen können, um Verbindungen oder verwandte Themen zwischen den Briefen zu finden. Abgesehen von seinem praktischen Nutzen lässt uns das Archiv auch dieser Einblick in authentische Treffen von Menschen mit paranatürlicher Welt für die Nachwelt bewahren. Die Briefe kamen von verschiedenen Orten sowie aus verschiedenen Zeiten zu uns und wurden von der Post als unzustellbar kategorisiert. Die Briefe zeugen Berichte von authentischen... äh was? Die Behörde ist das perfekte Zuhause für Sie. Mir ist klar, dass nicht alle Briefe Zeugen Berichte von authentisch paranatürlichen Ereignissen enthalten, doch selbst irrtümlich vermitteln uns eine Ahnung davon, wie echte Menschen das Unbekannte wahrnehmen. Natürlich werde ich zuerst ein System zusammenstellen, mit dessen Hilfe wir Briefe nach Informationen oder vermutlich Verbindungen zur AWE oder anderen gewanderten Materialien durchsuchen können. Nochmals vielen Dank, ich kann es kaum erwarten, mich auf meine toten Briefe zu stürzen. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich das Spiel beende? Muss ich dann wieder wenden, oder was? Puff! Puff! Mr. Gouverneur. Ich habe die Polizei angerufen, aber die kommen nie zu mir nach Haus. Ich habe ein Problem und sie müssen mal jemanden schicken, der das löst. Ich habe meiner Frau einen dieser singenden Fische für die Wand gekauft. Ist kein echter Fisch. Er singt, weil man einen Kornopf drückt, aber da ist der Teufel drin. Er fliegt nachts rum und singt die Lieder des Teufels. Flucht auch oft. Der Teufel ist fegenden Fisch in meinem Haus. Sie müssen sich drum kümmern. Meine Frau macht sich echt Sorgen. Wann können Sie vorbeischauen? Sehr interessant. Das ist ein stück. Ich kann sie nicht nach pillar. Das ist toll. Das ist ein stück. Das ist ein stück. Weil, wenn es nicht aufgeregt ist, was man versucht, Und das ist jetzt ein stück, ein stück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020